so freunde eine fünf punkte oder zwei punkte sind da wir haben jetzt noch ein spiel ja ich bin mental richtig richtig im loch ich weiß nicht wo ich anfangen oder wieder aufhören soll es ist immer wieder das gleiche und ich kann mich immer wieder nur wiederholen was an diesem spiel einfach nur falsch ist was an diesem spiel einfach nur nervt und was an diesem spiel einfach nur ich hatte so viele punkte im kopf bis ich zu den 51 punkten kam aber jetzt sind diese punkte einfach weg ihr wollt loslegen ihr seid so frustriert so im loch dass du nicht mal elf siege mehr schaffst in diesem game und mir so ein rätsel ist dass du wirklich gar nicht mehr weiß wie sie das ganze überhaupt hinkriegen überhaupt ist 20 0 bei so einer verbindung bei so einem schlechten gameplay wie casual freundlich das geworden ist in den letzten wochen und monaten das ist das ist der wahnsinn alter das ist der pure wahnsinn hör mir auf hör mir auf also das habe ich wirklich wirklich sehr lange nicht mehr gesehen hast du einfach keine elf siege man schafft das ist so traurig es ist mir ein rätsel es ist mir wirklich einfach nur ein rätsel wie diese ganzen e-sporter das hinkriegen klar behalten die das behalten die die ihre meisten tricks für sich das kommt vollkommen verständlich ist ich habe gar kein verständnis mehr dafür dass taktik geteilt geteilt werden wenn ich überhaupt kein freund davon habe ich schon in einem video von mir erwähnt aber ja was willst du dagegen noch machen wenn da nicht mal auf die server gehört werden was willst du dann da noch den taktiker noch da groß fabrizieren also so im loch war ich wirklich lange ich bin wirklich mental wirklich im bruch und ich bin wirklich wirklich enttäuscht ich liebe dieses spiel normalerweise jeder weiß dass das dieses spiel lieber aber es ist einfach nur falsch dieses game alter er hat hier was kostet der pester scheiß auf den es ist wirklich also wirklich wie viele einfach nur die worte wir fehlen einfach nur die worte und ich würde mal gerne von euch wissen was ihr so geholt hat und was ihr normalerweise holt ja leider habe ich hier auch nicht den tik tok format an sondern normales gameplay wie ich es auch im stream immer anhabe hier aber das ist jetzt nicht so wichtig was ich nicht verstehe ist einfach dass man hier nicht vorankommt und mir fehlen einfach nur die worte dass man wirklich spiele verliert die du niemals verlieren darfst ist einfach nur ein skandal dass du spiele verlierst und du wirklich wirklich so geistes krank verteidigst wieder wie noch nie aber trotzdem alles rein geht und komische tore und pässe spielen die noch ankommen und so weiter es ist unglaublich alter nach machen wir scheiß weiß aber jetzt drauf machen wir diese scheiß packs auf und dann gut ist immer wieder in die woche rein und dann wird es wieder normal story games geben ich davon habe gefunden ist so schade dass dieses game so so kaputt ist ich mach doch alter es schade also gibt mir wenigstens ein bisschen vorteil ich will wenigstens noch ein bisschen spcs machen scheiß auf diese ganzen packs max ist wieder nur abfall selber zwölf selten spieler kriegst kein walkie talkie alter sie keine walkie talkie also mich würde man gerne interessieren was ihr wirklich mal so geholt habt und was ihr normalerweise holt denn da ist es wirklich nicht mehr normal jede woche eine neue spc jede woche hast du mal hier eine komische karte da eine komische karte die auf einmal der burner ist und dann fragst du dich wirklich warum es nicht weiter geht du wechselst permanent die taktiken aber sind wirklich komplett für den arsch es ist wirklich nicht mehr gesund es ist nicht mehr gesund vor schau peck ich heiß drauf und das war es von mir ja ich wünsche euch eine schöne woche was euch ärger von diesem spiel ja ich habe es leider getan bin leider mental im loch ich bin durch diese woche mit dem game und da würde ich sagen macht's kurz euer feld ist draußen und ciao